7. Dezember 2010. Der Journalist und Aktivist Julian Assange betritt eine Polizeiwache in London. Gegen ihn liegt ein internationaler Haftbefehl vor. Die Vorwürfe dieses Haftbefehls aus Schweden kamen bis heute nicht zur Anklage. Für Assange beginnt aber ein Leben hinter verschlossenen Türen. Auf eine Fußfessel folgt ein Asyl in der äquadorianischen Botschaft. Darauf folgt die Haft im Hochsicherheitsgefängnis Belmarsh. Die Vereinigten Staaten von Amerika fordern seine Auslieferung. Durch Veröffentlichung der Plattform Wikileaks sei das Leben von Informanten und US-Bürgern gefährdet worden. Darum soll Assange in den USA der Prozess gemacht werden. Wir begrüßen nun Moritz Müller. Der Journalist schreibt unter anderem für die Nachdenkseiten und verfolgt den Prozess um Julian Assange bereits seit Jahren. Herr Müller, guten Tag. Guten Tag. Die Festnahme von Assange liegt nun schon deutlich über vier Jahre zurück. Seitdem läuft das Auslieferungsverfahren. Im Februar wird es Neuigkeiten geben. Wie ist der aktuelle Stand? Also im Februar gibt es eine mündliche Anhörung, die jetzt noch auf zwei Tage angesetzt ist. Und da wird entschieden, ob Julian Assange nochmal den Supreme Court anrufen kann im Vereinigten Königreich und seine Auslieferung anfechten kann mit Gründen wie öffentliches Interesse, dass es sich um ein politisches Verfahren handelt. Wenn das zugelassen wird, dann könnte sich die ganze Sache nochmal weiter hinziehen. Im Juni vergangenen Jahres hat er eine Niederlage vor Gericht eingesteckt. Würden Sie davon ausgehen, dass die Zeichen im Moment auf Auslieferung stehen? Da gehen die Meinungen auseinander. Was ich jetzt in London erfahren habe, aus so Unterstützerkreisen, ist, dass US-amerikanische Rechtsanwälte davon ausgehen, dass die Auslieferung bevorsteht. Und ich und auch ein Freund von mir, der Rechtsgelehrter ist, wir sehen das ein bisschen anders, dass vielleicht die USA den Julian Assange momentan vor den Präsidentschaftswahlen gar nicht in den USA haben wollen. Weil da schon, es gibt mittlerweile viele Unterstützer in den USA und da geht es halt auch um Fragen wie Presse und Redefreiheit und so weiter. Und ich könnte mir fast vorstellen, dass man das weiter hinzieht und da dieses zulässt am Supreme Court und die Richter sind dann wieder Freunde der anderen Richter und so. Es ist alles ein bisschen undurchsichtig und vor allem, wenn das jetzt abgelehnt würde, könnte auch der Europäische Menschenrechtsgerichtshof einschreiten. Und damit wäre die Sache dann sozusagen aus den Händen der Briten, wenn die den Gerichtshof für Menschenrechte anerkennen würden. Bereits 2022 haben 300 Ärzte auf den Gesundheitszustand des Wikileaks-Gründers hingewiesen. Sie sprachen von einer grausamen Behandlung. Was wissen Sie über den Gesundheitszustand von Assange? Ja, der hat ja 2021 während des Prozesses da im Oktober schon so einen Minischlaganfall erlitten. Dann gab es 2019 Berichte, dass er ganz verwirrt sei und damals war er auf einer Krankenstation in Belmarsch. Jetzt haben ihn mehrere Leute besucht und darüber auch, oder Journalisten besucht und darüber auch geschrieben. Da hieß es, er sei eigentlich wachsweiß und hat ja seit Jahren kein Sonnenlicht mehr gesehen. Ist 23 Stunden am Tag in seiner Zelle. Mahlzeiten muss er alleine einnehmen. Der Cedric Villani, der ihn da besucht hat, der schrieb, dass er ein angeschlagener, aber kein gebrochener Mann ist. Also er hält sich wacker, bewundernswert würde ich sagen. Im April sind es fünf Jahre da in Belmarsch, in dieser Isolationshaft, das Essen in Belmarsch. Da sind pro Häftling zwei Euro Pfund pro Tag angesetzt, also zwei Euro zwanzig oder zwei Euro dreißig. Man kann sich vorstellen, also es ist nicht rosig, aber es ist auch nicht so, dass er ein gebrochener Mann ist. US-Präsident Donald Trump hatte, nachdem er ins Amt gekommen ist, ein härteres Vorgehen gegen Assange angekündigt. Dann folgte ja auch das Auslieferungsgesuch der USA und die Festnahme. Im Raum stehen bis zu 175 Jahren Haft. Wie sehen Sie denn die Vorwürfe gegen ihn? Also beispielsweise, dass er das Leben von Informanten und US-Bürgern gefährdet hat? Das war ja damals im Prozess gegen Chelsea oder Bradley Manning, hat ja ein amerikanischer General selber ausgesagt, dass es keine konkreten Beweise gibt für diese Gefährdung. Es ist natürlich immer schwer zu beweisen, wenn jetzt ein Informant getötet wird, woher das kam. Aber die USA haben keine konkreten Beweise für diese Gefährdung. Und es ist irgendwie verrückt, dass ein Land, was hunderttausende von Menschen da in diesen Kriegen getötet hat und dann wird jemand angeklagt wegen Gefährdung und man hat nur nicht mal einen einzigen konkreten Beweis oder Namen von einer gefährdeten Person. Das ist schon irgendwie ziemlich merkwürdig. Einige internationale Medien haben mit Wikileaks zusammengearbeitet und die Enthüllung dazu haben es auch auf die Titelseiten geschafft. Im Spiegel wurde später konstatiert, dass Assange einen Schritt zu weit gegangen ist. Er habe sensible Informationen nicht geschwärzt und so Informanten quasi zum Abschluss freigegeben. Also auch aus den Medien, die mit ihm zusammengearbeitet haben, kam danach der Vorwurf, dass er da zu weit gegangen ist. Ja, das ist ja diese Geschichte mit den diplomatischen Depeschen 2011. Daten waren sozusagen hochgeladen auf einen verschlüsselten Server, um sie sozusagen dem Zugriff von Geheimdiensten zu entziehen. Dann haben zwei Guardian-Journalisten das Passwort zu diesem Server in ihrem Buch als Kapitelüberschrift veröffentlicht und es ist dann monatelang irgendwie nicht beachtet worden von irgendwem. Und dann war im Freitag, wurde es dann sehr genau genannt. Wikileaks konnte zu diesem Zeitpunkt technisch diesen Server nicht mehr sozusagen abschalten. So war das angelegt und dann hat Wikileaks selber versucht, beim State Department die Leute zu warnen und so weiter. Das State Department hat sich geweigert, weil die natürlich sagen, wir arbeiten nicht mit Wikileaks zusammen. Und dann sind die Daten schlussendlich nicht von Wikileaks, sondern von Crypto, um eine andere Webseite zuerst veröffentlicht worden. Dann war er von einem John Young, der sich selber hingestellt hat, der ist ein älterer Herr und gesagt hat, wenn Julian Assange angeklagt wird, dann muss auch ich angeklagt werden. Das ist aber auch nicht geschehen. Also das war ein bisschen eine Verkettung unglücklicher Umstände, wo eigentlich, würde ich sagen, Wikileaks und Julian Assange die kleinste Rolle drin gespielt haben, sondern eher der Guardian und der Freitag sich nicht mit Rom bekleckert haben. Die deutsche Bundesregierung wird ja immer wieder auf Julian Assange angesprochen, unter anderem von ihrem Kollegen Florian Warwick. Die Antwort klingt dann in etwa so, die Bundesregierung vertraut auf die britischen Gerichte und die Rechtsstaatlichkeit. Wie beurteilen Sie die britische Justiz in diesem Fall? Also ich würde sagen, es ist ein Schauprozess und der Nils Melzer, der UN-Sonderbauauftragte für Folter, der Schweizer, der hat es mal ganz deutlich ausgedrückt in seinem Buch. Wenn an jeder Ecke, also Verfahrensfehler geschehen ja, aber wenn an jeder Ecke die Verfahrensfehler gegen den Angeklagten vollführt werden oder passieren und er dann Rechtsmittel versucht einzulegen und die wiederum nicht zugelassen werden, dann muss man halt von einer Verschwörung gegen ihn ausgehen. Und auch historisch gesehen, ich meine es gab die Guildford Four, da waren vier junge Leute, 15 Jahre im Gefängnis. Es gab die Birmingham Six, die waren ähnlich lange im Gefängnis in Großbritannien. Also die Justiz ist auch nur von Menschen gemacht. Also sich da einfach so blind darauf zu verlassen und zu sagen, das ist ein Rechtsstaat, das ist irgendwie meines Erachtens zu kurz, ist bequem. Und man legt sich nicht mit seinen Freunden an, aber es ist meines Erachtens nicht genau genug nachgeschaut. Sie haben ja schon zu Beginn des Gesprächs in den Raum gestellt, dass die Vereinigten Staaten dort Einfluss nehmen, also ihn jetzt gar nicht haben möchten, sondern später haben wollen. Und auch das im Sinne von Schauprozess klang in die Richtung an. Was meinen Sie denn, was hätte Julian Assange vom kommenden US-Präsidenten zu erwarten, von Donald Trump oder dann wieder von Joe Biden? Ja, von Biden hat er eigentlich nichts Erleichterndes zu erwarten. Warum die in den USA so aufgebracht gegenüber ihm sind, ist ja einmal die Veröffentlichung dieser Wall-7, dieser CIA-Methoden, die sehr detailliert waren. Da wollte Mike Pompeo, der wollte da Kommandos nach London schicken, um Julian Assange zu entführen oder zu erledigen. Und mit den Demokraten hat er sich halt verdorben, weil er die E-Mails von Hillary Clinton, die ja auch total viel, das wird immer so gesagt, er hat damals Trump zum Wahlsieg verholfen. Aber da standen ja auch total viele Sachen, also richtig korrupte Dinge drin, wo es um Audienzen ging bei Obama, für die sich die Clinton Foundation dann hat Geld geben lassen. Oder die Abmeierung von Bernie Sanders und Julian Assange hat selber mal gesagt, die Wahl zwischen Trump und Clinton sei die Wahl zwischen Cholera und Tripper. Also ich glaube nicht, dass er von irgendwem im US-Establishment viel Gutes zu erwarten hat, leider. Im September 2021 war Bundestagswahlkampf in Deutschland. Die jetzige Außenministerin Annalena Baerbock hatte die Freilassung von Assange gefordert. Davon ist mittlerweile wenig zu hören, auch die Taz hat sie dafür kritisiert. Wie erklären Sie sich den Umschwung zwischen der Wahlkämpferin Baerbock und der Außenministerin Baerbock? Also Umschwung, ja, ist ja auch Young Global Leader. Also ich würde eher fast sagen, dass das halt, was sie da auf Abgeordnetenwatch im September 2021 gesagt hat, war eher ein Ausrutscher in die andere Richtung. Dass sie halt da mit grüne Klientel sozusagen oder grüne Interessen sozusagen auf Meinungsfreiheit und Antikrieg zu sich rüberholen wollte. Und sie hat ja gesagt, sie stellt sich bedingungslos für die Freilassung von Julian Assange und sie stimmt total mit Nils Melzer überein und so weiter. Und als sie dann knapp drei Monate später Außenministerin war, da wurde ihr das Urteil vom Highcourt gekippt, sozusagen, dass er jetzt doch ausgeliefert werden konnte. Danach wurde sie gefragt und hat sie gesagt, ich kann mich dazu nicht äußern, ich habe die Urteilsbegründung noch nicht gelesen. Das ist jetzt über zwei Jahre her. Ich habe nirgends was gefunden, ob sie die Urteilsbegründung jetzt gelesen hat. Und außerdem, wenn man vorher die sofortige Freilassung fordert und dann ist eigentlich die Urteilsbegründung meines Erachtens irrelevant. Ich kann aber noch nachvollziehen, dass sie als Außenministerin und Diplomatin halt sagen muss, ich muss jetzt erstmal gucken. Aber wenn dann halt über zwei Jahre danach nichts passiert, sich keine Äußerung von ihr in der Richtung überhaupt findet, auf die Frage in der Bundespressekonferenz zu dem Thema hat der Pressesprecher gesagt, ja, wir machen da was hinter den Kulissen und so weiter, aber ich sehe davon keine Anzeichen. Welche Entwicklung erwarten Sie denn in diesem Jahr? Also wird Assange ausgeliefert, wird er freigelassen oder zieht sich das Verfahren weiter? Ich verfolge es ja näher jetzt seit knapp über fünf Jahren und davor so halt als normaler Bürger und im Nachhinein. Also wie ich jetzt sehe, wie sich er seit 13 Jahren hinzieht, würde ich leider fast vermuten, dass es sich weiter hinzieht. Würde natürlich gerne optimistisch sein und sagen, der wird jetzt freigelassen oder wenigstens auf Kaution freigelassen, wenn es sich weiter hinzieht. Aber dann wird halt von der britischen Seite immer gesagt, er ist ja schon mal in die Botschaft geflohen, wir können den jetzt nicht freilassen, obwohl er jetzt Familie, kleine Kinder hat in London. Ja, ich bin leider nicht sehr, man muss weiterkämpfen und Nelson Mandela hat es auch 27 Jahre gedauert und man muss versuchen, das Thema so weit wie möglich, wie sie jetzt auch an der Öffentlichkeit zu halten und wäre gerne optimistisch. Die Wikileaks-Enthüllungen damals waren ein wirklicher Paukenschlag in allen internationalen Medien, auf allen Titelseiten. Seitdem ist nach meiner Beurteilung so etwas nicht wieder vorgekommen. Woran liegt das? War das eine abschreckende Wirkung, die man jetzt durch dieses ganze Verfahren hat oder sind die technischen Möglichkeiten beispielsweise der Vereinigten Staaten einfach besser geworden? Warum kommt sowas jetzt nicht mehr in dieser Dimension ans Tageslicht? Ja, das ist eine gute Frage. Ich glaube schon, dass der Abschreckungseffekt eine sehr große Rolle spielt. Ich meine, Julian Assange sitzt in Belmarsh, Edward Snowden sitzt in Moskau in der Falle, Chelsea Manning ist auch eigentlich fertig gemacht worden, ruiniert. Das ist wahrscheinlich so eine Mischung aus den technischen Möglichkeiten, das doch besser abgeschirmt ist vielleicht oder das besser nachzuvollziehen ist, woher Informationen kommen und dass Leute halt abgeschreckt sind. Aber es kommen ja doch ab und an immer mal wieder Sachen ans Tageslicht, auch erfreulicherweise. Vielleicht lag es auch daran, dass es halt was Neues war und Julian Assange schon fast wie ein Kreuzritter oder ist ja schon irgendwie sehr missionarisch verfolgt, was vielleicht nicht viele machen würden, inklusive mir halt. Der Wikileaks-Gründer Julian Assange ist weiterhin in britischer Haft. Es wird weiter verhandelt, ob er in die USA ausgeliefert werden soll. Weltweit demonstrierten Menschen für seine Freilassung Mahnwachen gab oder gibt es auch in Berlin, Wien, Zürich und Bern? Am 21. und 22. Februar wird es in London eine weitere Anhörung vor Gericht geben. Wir sprachen mit dem Journalisten und Prozessbeobachter Moritz Müller. Er schreibt unter anderem für die Nachdenkseiten. Herr Müller, herzlichen Dank. Ja, ich danke Ihnen.